Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und wir mussten jetzt unlängst in der Augsburger Allgemeinen lesen, dass dort, oder vielmehr im Umkreis, dass dort eine junge Dame, die gerne Erzieherin geworden wäre oder vielleicht noch Erzieherin wird, jedenfalls sie wurde von einem katholischen Träger getragene Fachakademie für Sozialpädagogik vor die Wahl gestellt. Entweder möge sie ihre Tattoos bedecken und ihre Gesichtspiercings herausnehmen oder sie müsse sofort ihre Ausbildung an dieser Schule beenden. Die junge Dame hat sich dann dafür wohl entschieden zu sagen, nö, dann eben nicht hier, dann eben gegebenenfalls woanders. Und man stellt sich ein bisschen befremdet die Frage, ob das denn hätte wirklich sein müssen. Zum einen, zumindest auf dem Foto, was dort in der Augsburger Allgemeinen abgebildet ist, sieht das, was die Dame an Gesichtspiercings hat, aber sowas von, ich muss schon fast sagen, sozialadäquat üblich aus, dass man sich wundert, dass man sich überhaupt noch daran stören kann. Und in dem Artikel wurde darüber berichtet, dass auch die Tattoos in Anbetracht dieser katholischen Fachschule für Sozialpädagogik nicht etwa irgendwie satanischen Ausmaßes gewesen sein sollen, sondern mehr oder weniger völlig harmlos und jedenfalls nichts, was irgendwie eine Rolle spielen könnte mit der Ausrichtung dieser Fachschule, sondern es wurde wohl, so ist diesem Artikel zu entnehmen, auf die Hausordnung gepocht und in der sei so etwas wie Tattoos und Gesichtspiercings als nicht hinzunehmen ausgewiesen und so hätte sie entweder sich entsprechend verhalten müssen oder eben ihre Ausbildung an dieser Fachschule beenden. So, das bringt natürlich ein bisschen Ärger mit sich, bei uns so ein bisschen, wir haben Erziehermangel und eigentlich so eine Sache finden wir doch nicht mehr sehr zeitgemäß. Ob es rechtlich möglich ist, wir kennen den Einzelfall nicht, wir wissen nicht, wie weit die Hausordnung bei Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages so vorlag, wie sie formuliert ist, ob die hält, ist auch glaube ich relativ egal jetzt in der Rückschau, da die Dame sich ja entschieden hat, Nö, dann eben nicht hier. Ist sowas im Arbeitsverhältnis möglich, auch nur eingeschränkt. Es ist aber eher möglich, denn in einem Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber ein entsprechendes Direktionsrecht, also es ist auch im Arbeitsverhältnis möglich, über das Direktionsrecht kann eben auch in Maßen auf das Erscheinungsbild eines Arbeitnehmers, gegebenenfalls einer Erzieherin, eingewirkt werden. Das mag auch Tattoos betreffen, also wer den großen Totenkopf auf dem Unterarm hat und das Wässer, wo das Blut hinunter tropft, der kann tatsächlich wahrscheinlich von seinem Arbeitgeber angehalten werden, zumindestens bei der Arbeit am Kind hier entsprechend die Tattoos zu bedecken. Ist das Ganze eher ein bisschen, nun ja, mystischer und eher ohne Totenköpfe, Skelette oder sonstiges angefertigt, dann wird es eher kompliziert für einen Arbeitgeber. Gesichtspiercing, auch da haben wir ganz groß unsere Zweifel, ob das in einem großen Umfang tatsächlich funktioniert. Klar, Hygiene spielt immer eine Rolle und sicherlich auch der Arbeitsschutz. Können sich Kinder irgendwo festkrallen und könnte dann irgendwas Schlimmes passieren? Bei dem Nasenpiercing der Dame und hier unten an der Unterlippe, so war es zumindest auf dem Foto zu sehen, würden wir das mal direkt verneinen. Klar, es gibt auch die andere Extreme. Wer das gesehen hat, das ging jetzt so die letzten Wochen auch immer durch die Medien durch, dass es einen Erzieher in Frankreich gibt, der hat seinen Job verloren, aber der ist auch echt krass drauf gewesen. Das ganze Gesicht war tätowiert, die Augen waren eingefärbt, er hatte überall alles Mögliche an Änderungen an seinem Erscheinungsbild vorgenommen, und da soll eben, so wird kolportiert, ein Kind auch erst mit der Angst bekommen haben und dann hat man sich eben von diesem einen Erzieher, wie gesagt, kann man ja ruhig mal googeln, Erzieher Frankreich, Tätowierungen, dann sieht man den Herrn, dort hat sich wohl der Arbeitgeber dann von diesem Erzieher getrennt. Das ist das andere Extrem. Hier in dem Fall ist es eigentlich nur so eine, wo leben wir denn eigentlich und hätte es denn sein müssen? Aber nun gut, das als kleiner Zwischenruf zu den doch recht häufigen Themen, die uns auch erreichen. Wie sieht es aus mit den großen Ohrringen? Wie sieht es aus mit den, ne, eins unserer Videos, was am meisten Views bekommen hat? Die Gelackierten, die Gelfingernägel, muss man das tolerieren als Arbeitgeber? Es scheint eben doch da draußen immer noch ein großes Thema zu sein. In dem Sinne, bleibt gesund, morgen geht es garantiert weiter. Bis dahin, ciao! Ciao!